Jau und hallo und herzlich willkommen zu einem angespielt von Pixel Heroes Byte and Magic, aber ich nenne es eigentlich ja oft Byte and Magic, ich finde es passt eher Ich hoffe die Musik ist jetzt nicht irgendwie zu laut, denn Heroes sind irgendwie etwas leiser stellen Ich habe die irgendwie auf 10% oder so, weil die einfach etwas zu laut ist Da hier der Dings fehlt, der Soundregler, weil hier kann ich bloß Deutsch, Englisch Soundeffekte, Musik, könnte ich ausstellen, aber lass ich da Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich spiele hier Pixel Heroes of Byte and Magic Das ist eine, das ist die Presseversion davon Also kommt das Spiel noch erst raus und zwar am 6. Februar 2015 Und das habe ich von den guten Leuten von HeadUp Games bekommen, nachdem ich es mal angeschrieben habe Dann schon mal so ein Dankeschön an euch, dass ich das jetzt schon spielen kann Aber ich muss sagen, ich finde das Spiel ziemlich knorke Ich habe schon etwas länger gespielt, beispielsweise hier, die Erfolge kann man sehen Erfolge 25%, Geschichte habe ich 6% Habe ich somit einigen Leuten schon gutgestellt, beispielsweise hier mit diesem heulenden Gesicht Für die Leute habe ich noch gar nichts gemacht Für die Leute mit diesem etwas traurigeren Gesicht, für die habe ich schon mindestens einmal was gemacht Und beispielsweise hier bei Captain Capslock Der zudem mein Lieblingskerl ist Müsst ihr wissen, weil er ist Captain Capslock Es gibt keinen besseren Namen für einen Captain Und er ist cool, er wurde verflucht Und muss deswegen immer schreien Und das verdammt aussehen Wenn man verflucht wird und die ganze Zeit schreien muss Und soviel ich weiß, kann man sich auch mit dem gutstellen und dann kriegt man irgendwas Hier gibt es beispielsweise auch Erfolge So First Blood Tubes of You Und so was, alles Da kann man so, ähm Durch die Erfolge kann man beispielsweise auch ein paar Sachen freischalten Wie neue Klassen und sowas Hier, Rule of Wizard Schließe ein Abenteuer ab, ohne dass ein Held stirbt, was sehr schwer ist Dann, äh, schaltet Helden frei Gefallener Töte den Tod, okay Äh, hier, äh, Zwergenaffinität Hilft Shroom auf seinem Weg zur wahren Erfüllung Schalte beispielsweise den Geomant frei Das ist, wenn ich jetzt beispielsweise dem NPC Shroom Ähm, bei seinem ganzen, äh, halt lauter Aufgaben erfülle Und er dann ganz glücklich ist Dann findet, dann findet er beispielsweise mich ziemlich knorkel Und das, äh, und ich schalte dann neue Klasse frei Man schaltet aber auch ein paar Klassen frei Weil man beispielsweise auch solche Sachen hat Wie hier, äh, Boss er getötet hat So was Beispielsweise, ähm, den Boss auf dem Totenacker Den Plan, ähm, schaltatmende Plan, habe ich den Planbringer freigeschaltet Mit dem ich eigentlich noch gar nicht gespielt habe Und ich würde mal sagen, ich, äh, werde hier einfach mal ein bisschen fortfahren Hier mit meiner tollen Gruppe Momentan bin ich beim, ähm, habe ich eine Quest für den Mighty Mustachio So nenne ich den Ähm, zu erfüllen Hier, ich muss beispielsweise, äh, in die weisenden Wälder Und die heißt, die Quest heißt Kampf der Schönheit In Klammern plus 5 Ah, ich wusste, der mächtige Mustachio Kann sich auf euch einfache Leute verlassen Bitte bringt mir meinen Kampf eil wieder Er gehört früher meiner Großmutter Beispielsweise hier Ähm, ja, also, wie schon gesagt Ich finde es ganz knorkel Hier ein bisschen mal So Zeug zeigen Ich habe hier ziemlich viele Heißränke schon Äh, ich habe schon drei Dungeons abgeschlossen Ähm, so den Goblin Außenposten Die Sturmgipfel Und die, ähm Akane Waffenkammer war es, glaube ich mal Ja, genau Ich sehe gerade, ich habe gerade wenig FPS Jetzt steigen wir mal ein FPS wieder Komisch, warum die auch immer runterfallen Und dann wieder hochgehen Ähm Und ja Ich habe hier auch, äh, ein bisschen Zeug Riesenknüppel Verursacht Äh, 100%ige, ähm Scha- Ähm Rüstungs-Debuff oder so Nenne ich das mal Und so Also ich habe die schon ein bisschen gut ausgerüstet Ich habe hier beispielsweise den, äh, Rocky Den Zwergstreiter Ich finde, der ist ein passender Tank Hat hier, äh, der hat ein Schild Hat eine gute Waffe Hält einiges aus Ist Level 8 Dann habe ich hier den, äh, Mensch Jäger Der ist hier so mein, äh, Damage Dealer Natürlich, ähm Es muss ja ein Jäger rein Da ich, vor allem Denn, wie die meisten Leute ja wissen Die ja meine Videos gucken Da ich ja Ziemlicher Fan von Jäger bin Darum spiele ich auch in World of Warcraft einen Jäger Aber, der ist auch eigentlich ziemlich gut Hier hat eine tolle Armbrust Macht, äh, Luftschaden Hat eine Axt Und sowas Und dann habe ich hier noch, äh, Jomo Oder Jomo Mein Zwerg Kräutermann Der ist mein Heiler Der ist ziemlich gut Aber der hat an sich ein Glauben von 108 Also Das ist schon Viel, würde ich mal sagen Denn je höher der Glaube ist Desto mehr heilen die Er hat beispielsweise auch, äh, an sich 76, ähm, Geschicklichkeit Und der gute Rocky Hat 90 Stärke Und ja Ich weiß ja gar nicht, was ich hier so zu sagen soll Alles Mein Bart juckt Beispielsweise Es gibt auch so Einige wirklich tolle Gimmicks Wie hier Beispiel die Ausrufe Zeichen aus Äh Der Ausrufezeichen Ausverkauf Sonderangebucht Können wir euch Für die modernsten Magischen Schwebenden Ausrufezeichen Begeistern Was? Ihr seid Helden? Nein Wir verkaufen nur an verzweifelte Bürger Das finde ich beispielsweise Ziemlich gut gemacht Und ich habe hier wirklich ab und zu mal Frame Einbrüche Also wundert euch nicht, sollte das langsam laufen Und hier beispielsweise Da sieht man jetzt es nicht so ganz Aber da ist ein Schild Jetzt sieht man es So ein Schild durchgestrichen Bank Und jetzt ist da hier Casino Wenn ich hier in das Casino reingehe So, ehemalige Bankeigentümer Narren Wir sind bankrott Kommt später wieder Da ist die Bank Bankrott gegangen Und jetzt ist das Casino Ach je Finde ich eigentlich ziemlich cool Aber ich würde mal sagen Ich werde jetzt mal Auf Reisen gehen Zu den beißenden Wäldern Aber was Das ist aber auch Wiederum ein toller Punkt Und zwar Hier seht ihr die Karte Da reisen wir Und jetzt beispielsweise Oh Oh, oh Jetzt kommt der Nerd Und zwar Wie ihr hier sehen könnt Auf dem Weg Zu dem nächsten Dungeon Können einige Sachen Unterwegs passieren Auch auf dem Weg Von Dungeon zurück in die Stadt Und man muss Entscheidungen treffen Je nachdem Was man entscheidet Kann es gut sein Kann was Gutes passieren Und was Schlechtes Wenn man pechert Hat man beispielsweise Auch ein Gruppenmitglied Und Wenn dann was Schlechtes passiert Hat man verkackt So gesehen Aber mal gucken Was der Nerd So zu sagen hat Ihr seht einen Verärgert wirkenden Typen Er trägt ein weißes Hemd Mit einer Tasche Voller Kugelschreiber Sieht aus Als würde er Eine fremde Sprache sprechen Und ja Er spricht eine fremde Sprache Die sich Englisch nennt Und der Musik Isn't this the fuckest thing You ever heard Look How slow you move I'm just waiting to arrive At the Damn dungeon Come on Move you ass What were they thinking Why is the inventory space so small Like I can't carry more shit around Are you shitting me What Whatever program This is an Asshole And And no continues Like seriously Give me a reason Why there's no fucking continues I gotta calm down Okay Now For some fun Let's see how smart you are Do you know which game I'm punching here Um Carc Dassel Te Is a terror external 25 action Ich hab keine ahnung was der meint Ähm Aber Das letzte mal hab ich das gemacht Das war falsch So viel ich weiß Ich nehm 25 action Wrong Now I ever have To talk about 25 actions Again in my life I'm gonna step in my Fucking Das weiß ich jetzt nicht was das heißt Go sir Sailing Oh Gib mir sogar gold Äh Bisschen gold Dafür Reise fortsetzen Oh das ist Sturmriese Ein riesiger Riese Stellt sie euch in den Weg Wie könnt ihr es wagen mein Territorium zu betreten Ich verlange einen Weg voll Für jedes paar Beine Ähm So als hättet ihr keine Beine Mit Fleisch bestechen Die Helden fangen an Auf ihre Händen zu laufen Und täuscht vor Keine Beine zu besitzen Der Riese wirkt überrascht Nun das ist nicht Äh Was ich erwartet habe Ich denke Ich werde euch ziehen lassen Als Belohnung Für euer kreatives Denken Cool Dachte ich dann Ich müsste gegen ihn kämpfen Der nette Sturmriese Alte blaue Schnecke Da ist eine große blaue Schnecke Mit einem grünen Schneckenhaus auf der Straße Sie hat einen grauen Bart Der vermutlich für Weisheit steht Seid gegrüßt junge Abenteurer Ich bin die alte Schnecke der Weisheit Meine Brüder und ich Bereisen diese Insel bereits seit Jahrhunderten Wir beobachten nur Und erinnern uns Wir greifen niemals in das Schicksal ein Sucht ihr nach Weisheiten Über einen speziellen Ort Ah keine Waffenkammer Da war ich schon Über die Spukvilla Ah die Spukvilla Ein gefährlicher Ort Der von einer bösen Präsenz kontrolliert wird Ihr solltet euch auf Feinde vorbereiten Die euch verfluchen Und magische Angriffe ausführen können Seid auf der Hut Von Mr. Slenderson Echt jetzt? Ihr habt die Fähigkeit euch zu verfluchen Und euch zu verwirren Physisch Waffen Könnt aber helfen Die dunklen Kräfte Dort zu besiegen 3 sofort So jetzt bin ich wieder in dem Menü Kann ich noch gucken Ob ich hier was Machen will Wenn nicht Dann kann ich auf Go drücken Oh ja Und die Anzahl an Gegenständen im Rucksack Ist limitiert Also hier 2 von 20 Weil man hat hier das immer drinnen Aber halt nicht gleich 30 kleine Und 20 große Heidränke Die habe ich mir angesammelt Und ein paar gekauft Ich habe hier auch 10.000 Gold Aber ich muss sagen Ein Nachteil Was ich schon zuvor angesprochen habe Ist das Was auf jeden Fall Reintun sollte ist Erstmal ein Lautstärkeregler Das würde ich schon mal So sagen Aber was mir auch schon So aufgefallen ist Als ich privat gespielt habe Und im Laufe der Zeit Sammelt man so viel Gold an Und Ich selber habe keine Ahnung Wofür ich das Gold ausgeben soll Also da könnte man sich Vielleicht noch was überlegen Aber ich würde sagen Dann gehen wir In die Dungeon Ich denke mal Ich mache die ganze Dungeon Einfach mal durch Außer Ich würde sterben Gen Panik Oder so Also die Musik gefällt mir schon Sie erinnert mich an irgendwas Ich kann aber nicht genau sagen an was Oh oh Verwirrung Ich greife das nicht selber an Weil er verwirrt ist Oder verwirrt war Kein Halt Nee Voller Kalorien Okay Gleich an Kalorien Wieso sagst du immer Kalorien Was ist das Jäger Sehr stark Die heilt sich jetzt die ganze Zeit Also Kann ich mich auch heilen Da heilt sie sich wieder Aber ich muss auch sagen Vielleicht könnte man auch was Gegen die Frame Einbrüche tun Ich weiß jetzt nicht Ob das groß am Spiel liegt Oder einfach Ob irgendwas in meinem Hintergrund ist Da werde ich Später mal nachschauen Am besten Aber Wir wollen hier natürlich Weitermachen Das kann ich irgendwo nicht lesen Oder zumindest verstehe ich jetzt nicht ganz Was da Was der gute Kräutermann Da sagt Irgendwo bin ich gerade aber ziemlich aufgeregt Müsst ihr wissen Weil Zudem müsst ihr auch wissen Dass ich hier das Video An die guten Leute von Headup Games Ähm Noch schicken werde Da Die das auch gerne Sehen würden Was ich davon halte Also hier von dem guten Spiel Da bin ich Mir irgendwie Ich bin gerade momentan Irgendwie so unsicher Was ich sagen könnte Oh die kann sogar Mal Angriffe machen Mach aus die Schuhe Naja Aber ich muss sagen Wie schon gesagt Momentan gefällt mir Also mir gefällt das Spiel Auf jeden Fall schon mal Recht gut Aber ich glaube Das sollte ich Eher mal später Ins Endfazit packen Wenn ich hier Fertig bin Weil ich werde noch So ein Endfazit Auf jeden Fall Sagen Machen Oder so Ich denke Ich denke mal Ihr wisst Was ich meine Fluch Oh nein Da sollte ich Die auch noch Absichern Unbedingt Gegen Verfluchen Sollte mal heilen Und ja Ich weiß Dass das heilen Etwas OP ist Zumindest Hier bei meinem Heiler Heilersmann Wäre gesagt Ach der ist Auch verflucht Ich dachte Der bin immun Dagegen Oh verdammt Das ist Das ist Das ist Nanananananananana... So, was hab ich denn so eines bekommen? Ähh... Identität... Krankheit... Ohja, und hier, sagen wir, ihr wisst ihr, das ist hier so an sich so ne... Help... Anzeige... Oder Help-Anzeige... Kann man das so nennen? Ähm... Hm... Naja, auf jeden Fall, ähm, gibt es dieses Help... Und da wird dann angezeigt, was es alles so für Statuseffekte gibt und sowas, und was das macht... Weißer Verbrennen, verursacht konstanten Schaden, weißer klar, das Ziel brennt dann... Und sowas war ich auch gesegnet, teilt mehr Schaden und Heilung aus... Krank, teilt weniger Schaden und Heilung aus... Äh, dann rast es halt viel mehr aus, aber reduziert Abwehr und sowas... Also gibt's hier auch hart und weich, klug, dumm und sowas... Betäubt, verwirrt... Gefässert... Verflucht und verborgen... Gibt's hier auch die Elemente... Phönix steht für Feuer... Greif für Luft... Würm für Erde... Und Levitation für Wasser... Und das ist einfach neutral... Und bei Sachen von Helden... Für was die Sachen hier auch stehen beispielsweise... Glaube steigert primär... Dingens hier irgendwas... Und... Äh... Magische Defense... Also Verteidigung... Intelligenz steigert magischen Schaden oder so... Und... Äh... Die Verteidigung... Vor... Maki... Und sowas... Beispielsweise jetzt... Ah, das ist Geist... Ah, Spirit... Ah, Spirit... Ah... Okay... Dinosaurier... Oder was... Oder was... Oh, wenig... Oha... Oha... Ich bin aber ganz schön viel schabend... Oh nein, Rocky... Verwirrt... Jetzt greift Rocky an... Okay... Okay, Asuka... Das schaffst du schon... Hoffe ich zumindest... Euer und zu... Äh... Wieso verwirrt... Egal... Da... Ich frag einfach nicht nach... Aber ich muss sagen... Es gibt ja drei Kampagnen... Die... Ich spiele momentan noch die erste... Weil ich nicht weitergekommen bin... Hm... Und... Ähm... Die Kampagnen sind auf mehreren Schwierigkeitsgraden... So wie ich weiß... Die erste ist auf... Äh... Schwer... Hm... Und man kann keinen Schwierigkeitsgrad aus... Ähm... Hier auswählen... Damit ihr das wisst... Dann die zweite ist auf... Brutal... Und die letzte ist auf... Irrsinnig... Also wahrscheinlich auf... Ähm... Hardcore-Modus... Hm... Oder der Hardcore-Modus ist Hardcore-Modus... Oder so... Würde ich mal so sagen... Okay... Okay... Die haben sich selbst... Gegenseitig vernichtet... So... Leben und Stärke... So... Leben... Ich will ja auch, dass er hier wenigstens noch ein bisschen mehr Leben hat... Also... Wird ein Teil der... Einzuziehen... Ah... Nee... Oha... Oh-oha... Verursacht Infektion... Okay... Bloß der Nachteil ist... Der Bogen... Der kann bloß zwei bis drei... Äh... Die Stile in der zweiten bis dritten Reihe angreifen... Hm... Und nicht die vorderste Reihe... Das ist schlecht... Aber der macht so viel Schaden... Ich nehm mal... Oder... Moment... Theoretisch könnte ich die Axt wegtun... Und... Ähm... Lackai von Baba... Lackai von Baba... Ach... Das ist da der Lackai von Baba... Okay... Uuuh... NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Middlea... Oh... Nice... Neun當然�를 schaden... So, ich werde euch jetzt zeigen, was ich mal meine, dass es schlecht ist, so einen Bogen teilweise zu haben, denn... Wobei, das können wir jetzt noch nicht sehen, erstmal heilig hier. Denn, ich kann hier nichts mehr angreifen, weil es einfach nur das zweite und dritte Ziel in einer Reihe angreift. Ich könnte ihn, er könnte ihn angreifen, aber es würde mir nichts bringen. Oder nein, ihn auswählen. Aber da ich die Armbrust habe, kann ich jetzt hier das vorderste Ziel angreifen. Den Liko. Oder Liko. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Nanananananananananana. Absorbiert halt des physischen Schadens. Bedreht mir mal um 6. Nicht sehr effektiv, okay. Oh ja, okay. So, jetzt mal heilen. 100 und ein Leben. Keine Chance für dich. Gegner tot. Oh stimmt, da war ja glaube ich mal was. Ich weiß, dass ich sie nicht... Ich würde ja keinen Schaden mache. Oder so. Mein Download von Recidmire Civilization 5 ist abgeschossen. Wow. So, halt alle um 50. Wieso greift dir immer mein Heiler an? Junge. Ich will deinen Kopf. Und ja, ich lese es ab und zu etwas spät vor oder so. Aber, naja. Heilung, Einzelsziel. Okay. Solche Sachen nehme ich irgendwie nie. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Es ist halt so. Moment. Muss ich da heilen? Ja, ihn muss ich heilen. Bei ihm geht es noch. Und ich bin in dem Raum, kurz vor dem Bossraum. Okay. Oh ja. Meine Leute haben hier so Skills. Die werde ich auch... Also von ihm werde ich das jetzt... Ich werde jetzt keine nutzen, weil ich jetzt zum Boss komme und da brauche ich die Skills eher. Aber beim Boss kann ich auf jeden Fall etwas mehr darauf eingehen. Okay, 50 Schaden. Büßartiger Biss. Okay. Okay. Ach, dir kannst du dich heilen? Jetzt dachte ich, er wäre tot. Aber naja. Jetzt ist er tot. Immerhin. So, jetzt werde ich alle heilen. Ich heilen kann. So, ist mein Inventar schon mal voll? Oh, nice. Ein besserer Brustpanzer für den Tank. Na, jetzt lass ich. So. Dann will ich mal sagen, auf der Boss. Ich weiß jetzt nicht, welcher Boss... Äh... Hallo, meine lieben Kinder. Wollt ihr Baba Yaga-Gesellschaft leisten wie Nance? Kommt, ich zeige euch all die entsetzlichen Wunder dieser Wälder. Ich bin sicher, ihr werdet den Aufenthalt bei mir genießen. Oh, was... Oh, was liegt er da? Moment. Ich will es gar nicht wissen. Also, wenn auf die Skills zurückzukommen. Jeder hat jetzt das Skills. Beispielsweise der Rocky hat Standhalten. Werde hart wie ein Stein. Gibt 100% mehr Schutz gegen physischen Schaden und magischen Schaden. Oder Schildschlag. Schlag den Gegner mit deinem Schild. Verursacht, ähm... Müslungsverringern 100%. 100, ja. Egal. Nutze ich jetzt mal. Hm. Das klotscht, Junge. Beispielsweise hier. Der Jäger hat den Betäubungsfall und den Giftbolzen. Ich nehme Giftbolzen. Weil ich denke mal, beide sagen schon aus, was es macht. Hm. Und zudem hier war der gute Heiler. Also der Jomo. Der hat hier erstmal an sich Traumkraut. Traumkraut. Legalisiert es. Du weißt schon. Junge. Das gibt erstmal Heilung. Also 66 Heilung. Und verursacht dann nochmal, ähm... Hier eine 100%ige, ähm... Resistenz. Gegen magischen Schaden. Und dann hat er wiederum hier Frieden. Kann, ähm... Alle Ziele treffen. Also alle Gegner. Äh... Macht ehrlich und so ruhig wie die See. Und betäumt. Zu 100%. Hm. Und das hat nichts gebracht. Und dieser Blitz ist ja ineffektiv. Okay. Hm. Was? Hm. War das gerade ein riesiger Kro... Äh... Krochen. Knochen. Okay. Oh mein Gott. Der Boss kann... Kann sich heilen. Wie jeder Boss. Immer. Und er macht keinen Schaden. Hm. Das bringt's richtig. Ich denk mal, der ist gegen... Der Boss ist gegen magischen Schaden immun. Hm. Hm. Das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Und der Boss ist nun gegen mit Täuben. Hm. Hm. Riesenknöchel. Riesenknöchel. Nieser. Angriff. Glaube ich jetzt mal. Da hab ich zumindest gelesen. Hm. Äh... Riesenmörser. Aber ich find die Musik immer noch so knarke. Heilwasser. 30 Leben. Hm. Oh ja. Man kann auch nicht sehen, wo... Äh... Wie viel Leben der Boss oder die Gegner haben. Das werdet ihr wahrscheinlich schon längst gemerkt haben. Der Jäger ist gerade etwas sehr ineffektiv. Hm. Hm. Und da man die Lebenspunktanzeige nicht sehen kann, muss man immer genau wissen. Also da kann man natürlich nicht wissen, äh... Wie viel Leben hat der Boss noch? Und so... Ja, ich mach noch zwei Angriffe, dann ist er tot. Nein. Man muss immer ungefähr, äh... Schätzen, weil ich denk mir immer so, wenn der Boss sich heilt, dann hat er immer... An sich schon viel Leben verloren und ist eventuell schon fast tot. Weil die größere Reaktion von irgendwelchen... Denk mal von KI oder sonst was ist. Wenn er, ähm... Wenn man recht wenig Leben hat, dann hält man sich natürlich. Jetzt so als Beispiel. Aber ich heil mich ja jetzt nicht immer. Aber, wie gesagt, man kann's nicht wissen, man kann's nur schätzen, ungefähr. Oh, da ist er tot. Natürlich, in der besten Sterbe-Animation. An sich, drei Stufen an Pixeln. Zuerst ist er rot und explodiert. Er wird weiß. Explodiert. Und dann explodiert er nochmal. Und dann ist er komplett weg. Erfolg freigespielt. Ding Dong. Die Hexe ist tot. Besiege den Boss der beißenden Wälder. Neuer Held freigeschaltet. Hexe. Mensch. Großer Mörser. Oha. Werde ich den nutzen. Weil er besser ist. Werfe ich das weg. Dann habe ich ihn an der Platz. Und dann kann ich auch aufbrechen. Da können wir dem Mighty Mustachio hier... sagen, wir haben sein Klamm gefunden. Bleiche Hand. Ihr seht eine verrottete Hand aus dem Boden raken. Sie scheint sich ein wenig zu bewegen. Zieht sie raus. Einer eurer Helden greift nach der Hand und versucht sie rauszuziehen. Es klappt doch plötzlich. Wird euch klar, dass ihr soeben ein Zombie aus seinem Grab befreit habt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr hört ein Stöhnen. Psst. Nicht aufschrecken. Natürlich. Er fliegt einfach ein riesiger Mörser vom Himmel. Aber effektiv. Ah, ich stelle jetzt ja Luft. Das ist ja kein Feuer. Äh, Feuer sag ich schon. Erde. Und bei Erde ist gegen die, glaube ich mal, sehr ineffektiv. Hm. Okay. Rocky ist krank. Hm. Madenmaul. Okay. Okay. Hm. Okay. Ach. Der Minion Level ab. Und ich kann gleich wieder irgendwas wegwerfen. Verstärkte Anstrengung Neugier. Okay. So, jetzt hat er 100. Stärke. Und. Ja, das passt doch. Würde ich mal so behaupten. So, jetzt lasse ich mal ein bisschen was leben. Dann hält er auch mehr aus. Na, 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 na. Auch schon wieder so eine Schnecke. Alte braune Schnecke. Da ist eine große braune Schnecke mit einem roten Schneckenhaus auf der Straße. Sie hat einen grauen Bart, der vermutlich für Weisheit steht. Hm. Seid gegrüßt, junge Abenteurer. Ich bin die alte Schnecke der Erkenntnis. Meine Brüder und ich bereisen diese Insel bereits seit Jahrhunderten. Wir beobachten nur und erinnern uns. Wir greifen niemals in das Schicksal ein. Sucht ihr nach Weisheiten über einen speziellen Ort? Der alte Vulkan, uralter Tempel. Glauben den Außenposten über den uralten Vulkan. Ah, der alte Vulkan. Ein gefährlicher Ort, der von einem Kristallwesen mit Bewusstsein versklavt wurde. Ihr solltet euch auf Feinde vorbereiten. Vorbereitet euch verbrennen können. Fällt auf der Hut vor den Eisenelementaren. Im Gegensatz zu den anderen Feinden gehören sie zum Wurm-Element und können auch betäuben. Waffen, denen der Levitationsgeist in ihr wohnt, können euch helfen, die dunklen Kräfte dort zu besiegen. Okay. Malpe, ihr seht einen kleinen Hund am Wegesrand stehen. Er sieht verzweifelt aus. Hm. Hm. Ich würde streicheln. Als eure Helden sich dem Hund nähern, bemerkt ihr, dass der Hund auf eine seltsame Art und Weise mit dem Boden verwachsen zu sein scheint. Letztens habt ihr gehört, wie sich einige Dörfler über eine Kreatur unterhalten haben. Sie nannten ihn den Anglerwurm. Er lebt angeblich unter der Erde und hat einen Ausfluss auf dem Kopf in Form eines kleinen Hündchens. Diesen nutzt er angeblich, um unvorsichtige Helden in die Falle zu locken. Ihr solltet die Kreatur besser in Ruhe zu lassen. Schlafende Hunde sollen man nicht wecken. Weise fortsetzen. Okay. Mustachio sieht glücklicher aus. Kam, äh, der schöne Pusse. Ah, oi. Das ist der Kam, nach dem ich gesucht habe. Sehr, sehr vielen großen Dank. Ihr, das ist eure Belohnung. Glänzer Kurzbogen des Schmetterns. Der Mann im Blau, er nicht. Spukwiller, Helden von damals. Hey da, Leute! Ihr, ihr, äh, ja, ihr. Wäret ihr bereit, einer alten Frau zu helfen? Mir liegt etwas auf der Seele. Auch ich, streifte er einst, durch diverse Gewölbe zusammen mit meinem Gefährten. Aber da war ich noch viel jünger als jetzt. Der letzte treue Gefährte, der mir blieb, war Geralt. Als sie damals dem letzten Monster gegenüberstanden, hat es ihn erwischt. Könnt ihr seine Gebeine bergen? Ich würde ihn gerne anständig bestatten. Vielleicht später. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Wie könnt ihr einen alten Frau diesen Wunsch, diesen kleinen Wunsch ausschlagen? Diese Monster wären nur ein winziges bisschen gefährlich. Natürlich. Wenn der, ähm, Boss so gesehen, ähm, diesen Geralt da erledigt hat. Und die eventuell noch entkommen konnte, dann, äh, naja. Aber ich verkaufe einfach alles. Na, 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 na. Das mache ich immer. Einfach alles verkaufen. Und somit habe ich gleich wieder genug, äh, viel mehr Geld. So, ich habe hier noch eine andere Quest gesehen. Ah, da. Meine Mädchen. Äh, ne, die. Mietz, Mietz, Mietz. Teufelsriff. Das kleine Mädchen sieht traurig aus. Meine Katze. Herr von Mount ist weggelaufen. Könnt ihr ihn finden und zu mir bringen? Okay. Katze suchen im Teufelsriff. Mietz, Mietz, Teufelsriff. Sie ist noch immer scheu, aber dankbar. Spricht aus ihren Dankbarkeitsschuld aus den Augen. Bringt ihn bitte sicher zurück. Okay. Ähm, dann gehe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen, ein paar Haidtränke kaufen. Sobei, das möchte ich auch noch zeigen. Und zwar, die Tränke werden mit... Je weiter man im Spiel fortschreitet, werden die Tränke immer teurer. Am Anfang haben die, ähm, nach 150 Gold kostet, jetzt kosten sie 380. Die haben hier 300 gekostet, kosten ja 617. Tränke zu verkaufen. Ich muss sagen, das finde ich auch toll. So kann man wenigstens viele Gold ausgeben, was man bekommt. Also, Leute. Ich würde einmal sagen, das war's dann. Ihr habt ja mal so einen kleinen Einblick gesehen in das Spiel. Und ja, also noch ein bisschen Feedback von mir. Wie ich schon das Örtere gesagt habe, mir gefällt das Spiel ziemlich gut. Es ist an sich so ein typisch klassisches Rollenspiel, mit den noch damals üblichen 3 Helden in der Gruppe. Nicht den, äh, später dazugekommenen 4 Helden. Nein, den noch von damaligen 3 Helden. Und ja, es ist natürlich mehr, ich nenne es mal Indie-Spiel, denke ich jetzt mal. Genau kann ich das nicht sagen. Weil ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Auf jeden Fall ist es, muss ich sagen, es ist irgendwo so ein bisschen, äh, Roguelike. Und nein, es gibt nicht alle Roguelike-Spiele sind so, dass wenn man stirbt, dass man zwar wieder von vorne anfangen muss, aber dass man beispielsweise die Sachen, die man zuvor gemacht hat, behält. Na gut, also, hier ist es schon so, dass man beispielsweise den Einfluss bei den Leuten behält. Und je nachdem, wie viel man schon gemacht hat, äh, bleibt dieser Status bei denen dann so von traurig auf glücklich, also auf, äh, auf, äh, irgendwie ziemlich traurig auf traurig und dann so glücklich und sowas. Ähm, das bleibt ja. Aber an sich, wenn die Gruppe stirbt, dann ist die Gruppe tot. Und man kann die Gruppe nicht mehr wiederbeleben. Ist ein Held tot, kann man ihn auch in der Kirche wiederbeleben. Aber ist die ganze Gruppe tot, ist das Spiel vorbei und man muss wieder von vorne anfangen. Was ich eigentlich ziemlich gut finde, mit dem etwas höheren Schwierigkeitsgrad, ist es schon eine ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Das finde ich ziemlich gut. Was aber auch wirklich ziemlich gut ist, und ja, das sind wirklich diese, an sich diese kleinen Sachen, beispielsweise nehmen wir das mit diesen, ähm, Ausrufezeichenverkäufern. Die einfach mir, die zwar den Helden keine Ausrufezeichen verkaufen wollen, weil sie Helden sind. Oder das mit der Bank. Das finde ich auch richtig toll. Dass die Bank von der Bank zum Casino wird. Und an sich mit den Helden nichts zu tun haben will, einfach weil sie bankrott gegangen sind. Und das muss ich sagen, es sind so diese kleinen Sachen. Es gibt da genug Anspielungen natürlich auch auf andere Sachen. Aber man hat hier bloß ein bisschen was gesehen. Es gibt auch solche Sachen, beispielsweise, man trifft unterwegs auch so Tiere, wie man beispielsweise gesehen hat, mit diesem Hund so gesehen, der so gesehen eine Falle war. Es gibt dann beispielsweise Sachen, man trifft eine Katze, die kann man dann beispielsweise Milch anbieten. Die bedankt sich dann und man kriegt dann beispielsweise Erfahrungspunkte. Man kann die auch anschreien, da muss man gegen Katzen kämpfen. An denen wäre ich schon mal fast gestorben. Das sage ich euch. Denkt nicht, dass Katzen einfach zu bekämpfen sind. Katzen können sehr böse sein, vor allem in diesem Spiel. Also denkt dran, schreit Katzen niemals an, wie irgendwelche Vollidioten. Ja, an sich und mit diesen Sachen unterwegs, das finde ich richtig knorke. Das habe ich bis jetzt nur in recht wenigen Spielen gesehen. Beispielsweise, soviel ich weiß, gibt es das auch mal bei Super Amazing Wagon Adventure. Da passieren auch ab und zu mal so abgedrehte Sachen zwischendrin. Aber ich muss sagen, es ist bei solchen Spielen ein ziemlich tolles Gimmick. Mir gefällt es, wie gesagt, persönlich gut. Vor allem diese Zwischenfälle, passt. Dungeons, alles, passt. Schwierigkeitsgrad und sowas, für das Spiel passt. Also, Leute, hätte ich das Spiel nicht schon, dann würde ich es mir gleich kaufen. Ja, aber eins muss ich wirklich richtig bemängeln an diesem Spiel. Und zwar, dass man den Sound nicht leiser stellen kann. Zumindest nicht im Menü. Ich muss es in meinen Soundoptionen machen. Oder wie gesagt, über den Mixer. Da, denn als ich das Spiel gestartet habe, hätte es mir fast meine Ohren weggehauen. Da ich ja über Headset spiele, mit Headset aufnehme. Und ja, da ist es etwas unvorteilhaft, wenn es auf einmal dann, ähm, die Musik, wenn man ein Spiel startet und die Musik noch lauter ist, als die Musik, die ich in der Früh immer höre. Oder als, so, wenn ich in der Früh immer im Bus Rammstein höre. Wenn dann auch noch, wenn das noch viel lauter ist, denn ich höre das ziemlich laut. Man kann es auch nach außen hören. Manche Leute gucken mich deswegen auch komisch an. Aber, okay, das ist, äh, hat aber jetzt nichts damit zur Sache zu tun. Und es ist schon irgendwo, meiner Meinung nach, etwas, ähm, negativ. Vielleicht. Ich, das könnte man verändern, aber sonst, ist das Spiel super. Bloß, was mich noch gestört hat, ab und zu diese Frame-Einbrüche zwischendrin. Aber es lag vielleicht aber auch an, teilweise an der Aufnahme. Ich habe jetzt 120 FPS jetzt. Ich nehme es da auch mit Traps auf. Und es zieht ja ziemlich Ressourcen, aber gut. Sonst habe ich immer so etwas mit 1000 FPS und sowas. Und da habe ich sowas nicht zwischendrin. Aber, wie gesagt, Spiele-Icon ist ziemlich gut. Ich empfehle es nur weiter. Ich werde auch in die Beschreibung einen, äh, offiziellen Link zum Kaufen reinstellen. Und zumindest von der Steam-Shop-Seite, auf der ihr es vielleicht kaufen könnt. Ich weiß es nicht, ob man es jetzt schon kaufen kann. Auf jeden Fall, es kommt am 6. Februar 2015 raus. Merkt euch dieses Datum, wenn ihr es euch kaufen wollt. Ja, soviel zu meinem Endfazit. Und da würde ich natürlich sagen, bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, Praise the Sun. Und ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, das, äh, Leute, das hänge ich jetzt noch schnell an die, an das Ende mit ran. Also, ich wollte noch zeigen, hier den Friedhof. Und da kann man jetzt die Leute sehen. Hier sind beispielsweise, an sich auch die, ganz, liegen auch die ganzen, äh, Leute, die ich, ähm, so gesehen aufgegeben hab. Ich hab hier beispielsweise zweimal so ein neues Spiel angefangen. Wo wir gucken, wie die Leute sind, aber, äh, das war keine gute Konstellation. Also beispielsweise hier, Paul, der Priester, Garth, der Barbar und, äh, Punchy, der, äh, der Streiter, der Zwergstreiter. Ähm, da hab ich neues Spiel angefangen dann, weil, mir hat diese Gruppe nicht getaugt. Genauso hier mit den, äh, mit den Leuten hier. Hat mir auch nicht so ganz getaugt. Hier bin ich gestorben, da kann man auch sehen. Ähm, ich hab Dungeon erforscht, den Goblin Außenposten, hab so Captain Capstalk gemacht. Weiß gar nicht mal, steht da auch dran, wo ich, doch, was ich gestorben bin. Gefallen in Kampf, na, okay. Ja, ich hatte eine Kriegerin, hier den Abenteurer und den Priester. Der Abenteurer, für den hab ich gemischte Gefühle. Der Priester ist sehr gut. Kriegerin. Auch. Aber der Abenteurer, da bin ich mir nicht so sicher. Weil, der kann so alles. Er hat ein Skill zum Heilen. Ähm, der kann die Gruppe stärken. Dann kann er wiederum Nah- und Fernkampf. Ich so gesehen, irgendwo in allem gut. Aber auch wieder nicht. Und ich denke mal, ich glaub, man müsste wissen, wie man mit dem spielt. Aber, naja. Viel Gräber liegen hier. Das war meine erste Gruppe, die ich jetzt so gesehen in der Version hier gespielt hab. Da hatte ich Bashi, den Zwergstreiter. Don Gray, den Mensch-Häger. Und Tupac, den Zwergkräutermann. Also dieselbe Konstellation an Gruppe, die ich hatte. Und hab hier die Sachen erforscht. Der Totenacker. Äh, den Goblin-Ausbosten. Der uralte Tempel. Im uralten Tempel bin ich jetzt am Ende gestorben. Weil der ist wirklich schwer. Das muss ich euch sagen. Also, solltet ihr reingehen, ähm. Leute. Ja. Ja, wenn ihr da reingeht, in den uralten Tempel, dann bereitet euch vor. Unbedingt. Denn es ist wirklich schwer. Und dann natürlich noch eine Schweigeminute für die Gefeilenden. Okay, sag ich, nur geschwiegen. Ich weiß, das hört sich ziemlich, äh, ziemlich, äh, scheiße von mir an oder so. Aber, naja. Gut. Das war zudem noch das letzte Feature. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.